Herzlich Willkommen auf Unboxing Zertalks. Ich habe hier das zweite Volume zu der Saishimuneta A Boring World Where the Concept of Dirty Shokes Doesn't Exist. Das erste Volume habe ich auch bereits geunboxt. Dazu packe ich mal einen Link in die Videobeschreibung sowie einen Kaufling zu dem zweiten Volume was ich hier gerade versuche auszupacken. Aber aus irgendeinem Grund wieder etwas scheitere. Jetzt haben wir es. Fast. Ja da haben wir es von vorne mit schön gebackenen Herzchenkeks. Dann die Seite und die Rückseite. Geht 75 Minuten 3 Episoden. Episoden 4-6 in Full HD und natürlich auf Deutsch mit 2.0. Und hier haben wir die Scheibe. Schön pink. Und noch ein graues bzw. schwarz-weißes Bild. Mehr ist da jetzt nicht dabei. Reicht aber zwischendurch auch mal aus. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.